so da sind wir wieder bei let's play minecraft heute mal sehr viel im neta ich würde auch hier wieder gerne ein bisschen was abladen und dann würde ich ganz kurz noch mal zur neta festung wollen wenn ich sie noch mal finde damit wir die neta warzen wieder bekommen der rest ist mir eigentlich egal aber die lava können wir hier lassen die trichter ich brauche noch vier truhen so ich würde dann glaube ich auch die lava farm im neta bauen die passier irgendwie besser hin als in die oberwelt also eine versteckte würde ich zwar oben auch machen aber hier halt eine richtige anlage ich kann ja mal gucken ich habe doch irgendwo irgendwo habe ich die koordinaten da 171 613 das heißt in diese richtung und 613 ist nach da ich hoffe wir finden die wieder ich würde ich riskiere es einfach kommen wir fliegen jo was ist ich glaube ich habe eine passion gefunden ich weiß nicht ob ich das gut finde das kann sein also wenn du noch vier stück findest für mich ja ich habe gar nichts weggesprengt den rest darfst du dann alles anderweitig dann habe ich nämlich mein zeug alles verzaubert okay wo war denn das jetzt noch ein bisschen nach da und darüber wo das war gefährlich oh ja hier ist ich habe nur so ein bisschen meine zweifel dass wir unser zeug wieder bekommen und wo ist denn der rest davon oh ja da liegen meine sachen geil sogar mit level springauge kann da bleiben eine komplette geile rüstung einfach reisen was ist das los und staub einer brauche ich jetzt nicht unbedingt ganzen glowstone würde ich schon nehmen warum habe ich ausgerechnet jetzt meine schalker kiste nicht dabei das ist gar nicht gut so glowstone jetzt ist es despawned hier sind nochmal diamantschuhe und die sind sogar ziemlich nice goldener rossharnisch ist mir egal haben wir seelensand und komme ich irgendwie wieder nach hause das sind meine zwei entscheidenden fragen gerade ich könnte ja seelensand gerade sowieso nicht aufnehmen ich würde nochmal fliegen auf jeden fall in diese richtung da ist die bastion ich glaube jetzt nochmal vier antrücker schrott oha so ich hoffe ich bin hier nicht allzu falsch ich glaube das sind dann die koordinaten da oben ist koppel ich glaube wir sind wir richtig sind wir wo bin ich oh da ist die farm ja wir sind richtig sehr schön also wir können rein theoretisch drauf losfahren was den nederwarzen angeht so einmal den werkzeugkoffer hmm hmm wie viel gold haben wir denn noch kann ich vielleicht seelensand schnell kaufen und hier draußen haben wir doch bestimmt auch noch ein bisschen was nö ja da müssen wir damit nur noch handeln geil haben wir hier irgendwo piglins oder so ein bisschen viele schweine geben ganz und viele gleich aber nach wo ich bin ich sterben hilfe oh ich habe nur noch ein herz und das ist nacht geil ich hasse diese diese warzenschweine ich hasse diese warzenschweine ich hasse diese warzenschweine ich habe die falschen schuhe abgelegt das sollte ich ausbessern irgendwo hatte ich doch noch seelensand wo genau sind jetzt meine schuhe oh ich bin so doof die sind hier und da habe ich hinterher von unten so die steinhacke die kann eigentlich einfach mal komplett im müll so Oh, das Eisen können wir verkaufen. Papier lasse ich mal hier. Alles, was wir nicht brauchen. Kies, Kies. Ich brauche Seelensand. Hier, vier Stück. Wow. Dann schaue ich mal im Lager, ob wir da noch was haben. Ich bringe eben die vier, beziehungsweise fünf. Geil. Ich habe noch einen gefunden, ich will nach Hause. Ja, aber dann kannst du auch anderweitig weitergeben, weil ich brauche dann glaube ich nichts mehr. Also noch vier oder was? Jo, bei mir ist nur noch die Hacke offen. Welche Hacke? Na, die Hacke. Feldhacke? Ja. Weirdflex. Bisschen, ja. Du bist Norbert. Gerade unten im Lager, warte, ich komme wieder hoch. Okay, achtmal Seelensand. Ich brauche mehr. Wo bist du denn gerade? Bei dir. Okay, wir treffen uns auf halbem Weg. Ich bin schon da. Moin. Oh, ja. Geil. Wann ist es mit seiner Rüstung? Ich muss sie erst verzaubern, bevor ich da nicht darauf mache. Ach so. Da ist aktuell bloß Feuerschutz drauf, wobei es ja eigentlich reichen würde. Theoretisch. Aber Federfall wäre halt schon noch ganz geil. Atmung. Dorn. Dornen sowieso. A-B-Schnitt-Kohle. Wo ist denn... Wo ist denn... Wo ist denn diese eine Schallkack? Jetzt habe ich die... Die habe ich nicht im Niedergelassen. Oder? Ja. Hm. Hm. Hast du tofälligerweise noch ein bisschen Seelensand? Nein, 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 aber ich kann nochmal nachkommen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann handle ich... Mit... Mit... Mit den Pigglins. Aber wir stecken vier Buchen. Geil. Nein. Leider nicht. Gut. Ähm... Mach ich mal... Vorübergehend. Die Decke wird jetzt hoffentlich, denke ich, Madrid fertig. Äh... Neta-Watze. So, haben wir zumindest schon mal ein paar angebaut. So... Warte, das kann ich gleich aufhören. Und wie ich das mache mit Beleuchtung. Probe ich in der Decke was reinmache oder nicht. Oh, guten Tag. Sollte ich es mir am besten jetzt schon überlegen, wenn ich mir in der Decke was reinmache werde? Wenn es gut läuft, kriegen wir jetzt Seelensand. Weinen da obsidieren, okay. Wie mache ich das am besten mit der Beleuchtung mit weis zu suchen? Ähm... Na, mit dem Holz ist es halt gefährlich, sonst hätte ich halt Lava gesagt. Das ist eigentlich auch ganz geil. Oder, wenn es so dunkel ist, wobei das bleibt dann aber auch sehr dunkel, die Seelenlaternen sind halt auch geil. Aber die geben wenig Licht. Deswegen. Komm, jetzt gib mal ein bisschen Seelensand. Was ist denn mit dir? Der gibt nur Scheiße. Quarz. Die Feuerkugel. Ich weiß immer noch nicht, was macht man eigentlich mit Feuerkugeln? So zieh ich auf den Boden. Und dann? Du bist Feuer. Ähm... Ich denke mir, eigentlich sind die Feuerkugeln die Dinge, was die Gas abschießen, denke ich mir immer. Cool! Hä, wie geil. Ich wusste das nicht. Ich weiß aber nicht genau, wie man die benutzt. Ja, man kann die auf dem Boden platzieren. Ist Feuer dann, ne? Ja. Finde ich, äh... Finde ich toll. Wenn der mir jetzt auch einmal Kies gibt, ich schlachte ihn. Ich glaube, ich kriege die Decke fertig, glaube ich. Ah! Ne, kriege ich nicht. Ich muss noch mehr davon machen. Ne. Der gibt mir nur Scheiß. Ach doch, bisschen, bisschen Seelenzand haben wir. Elf Stück. Ölf. Aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr nehmen. Okay, irgendein Trank. Schau, Kies. Wasserflasche, du mich auch. Hey, wo willst du hin? Da ist er. Hm. Hm, hm. Oh, Spektralpfeile. Nice. Die machen ja irgendwie Licht oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. 18 Seelensand. Und was war denn diese? Ich glaube, Magma Creme. Ja, bleib doch hier. Lauf nicht weg. Aha, aha. Das sieht nach Schwarzstein oder Obsidian aus. Obsidian. Ja, ganz ehrlich. Brauche ich gerade nicht. Dann lieber die Erde. Komm, gib mir noch ein bisschen Seelenzand. Das war Kies. Ich habe es genau gesehen. Ich bringe ihn um. Die letzten fünf Gold. So, einmal noch. Ein Stack war ich noch. Noch nichtmals. Ja, gut. Äh, den hast du ja super schnell zusammen. Ne, den muss ich noch nicht mal zahlen, weil ich habe noch nichts alles so... Ey, ich hätte gerade 15 Stück auf der Hand. Habe ich von dem Typ bekommen. Ich habe noch einen. Ach, ich... Klar. Ich war wieder an der Kiste. Das mögen die aus irgendeinem Grund nicht. Und der meint, dass er mich sofort wieder angreifen muss. Dieser ehrenlose Hund. Ähm, ich bräuchte mal diese eine Schalker-Kiste. Jo, wo kommst du denn her? Da ist die Technik-Kiste. Für was brauchst du so eine Schwarz-Steine? Schwarz-Steine. Ähm, für den Portalraum. Polietten oder normalen? Äh, weiß ich noch nicht. Da war ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Ich hätte mir jetzt nämlich alles zu polierten Schwarz-Steine gemacht. Damit ich das schon mal habe. Ja. Ja. So, komm, stirb einfach. Vielleicht mal was essen. Weißt du? Ja. Äh. Weiß ich noch nicht. Ich würde es mir halt mal anschauen. Also ich finde jetzt die Ziegel ganz geil. Aber poliert schaut auch nice aus. Ja, aus dem polierten machst du ja auch die Ziegel. War das nicht ausgebrannt? Warte mal, wenn ich den brenne, ist ja poliert. Ja, irgendwie. Ja. Ja. Nein. Nein? Wenn du vier Stück in einem normalen Crofting-Dings machst, hast du Schwarz-Steine. Polierten Schwarz-Steine. Okay. Ich dachte, ich muss ihn auch brennen. Kann man eben brennen? Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Oh, ich habe einen Sattel bekommen. Geil. Kannst du jetzt Ziegelsteiner probieren? Hm. So, das mache ich mal schnell. Ganz den polierten Schwarz-Stein-Ziegel kannst du mal in den Ofen schmeißen. Was kommt denn dann daraus? Rissiger polierter Schwarz-Stein. Ja, okay. Das ergibt Sinn. So, ich glaube, die Niederwarzen-Zufuhr ist erstmal gesichert. Jetzt fragt mich jemand, ob ich irgendwo mitfahre. Habt ihr es wohl Calais? Ich will jetzt noch die Decke fertig kriegen und dann gucke ich mal. Ich denke mal, ich bin definitiv fertig. Dann kann ich hier da schon mal ein paar. Och Junge, hau doch ab. Du abgefucktes Stück Schwein. Wer? Oder war ein Schwein? Das war doch mal ein wenig. Nee. Ich würde dich niemals abgefuckten. Ich bin also hohl. Komm mal. So, dann passt das. Dann brauche ich von da drüben die Träume. Ich meine nur, ob die Frage jetzt ist, ob du den normalen Schwarzstein nehmen willst oder den polierten. Weil aus dem polierten kannst du ja noch den ganzen anderen Kram machen. Mies ist egal. Alles, was du übrig hast, nehme ich. Vielleicht mache ich auch ein bisschen Variationen rein. Als auch noch musstest du halt selbst noch ein bisschen was fahren. Genau. Damit du halt die verschiedenen Sachen halt haben hast. Werde ich so oder so müssen, weil ich brauche da wirklich, wirklich viel. Mehr als ich? Ich glaube, ich brauche auch schon viel. Ich glaube, ja. Aber ich denke mal schon, wenn du das ganze Ding da brauchst. Du willst den ganzen Portalraum daraus bauen, ne? Jo. Na, dann brauchst du, glaube ich, mehr. Das hier mache ich mal anders. So, wir brauchen auf jeden Fall mal eine Werkbank. Weil wir auch so wenig davon haben. Decke ist schon mal fertig. Sehr schön. Und die ersten drei Reihen mit Schwarzsteinziegeln ist auch fertig. Okay. Das sieht schon richtig sexy aus. Ja, glaube ich, gern. Aber du willst, glaube ich, erst sehen, wenn das Endprodukt fertig ist, ne? Äh, ich weiß es nicht, ob ich das bis dahin aushalte. Manchmal bin ich sehr neugierig. Mhm. Naja. So, ich würde dann... Ich wäre dann aber erst mal weg. Ja, ich würde dann auch für diese Folge auch zum Ende kommen. Wir sehen uns dann praktisch morgen wieder. Und bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Macht's gut und, äh... Tschüssi Kofsky, ne? Bis zum nächsten Mal. Au. Tschüssi Kofsky, ne? Tschüssi Kofsky, ne? Tschüssi Kofsky, ne?